Ihr habt Bock auf Automatisierung? Dann seid ihr bei Jumo genau richtig. Hier ist wieder der Michael und jetzt legen wir los mit dem Jumo Varitron 500 Front Display. Ein bisschen genauer schauen wir uns heute die Konfigurationen rund um das Thema Ethernet an. Ja, jetzt sind wir wieder live auf unserem System, dem Jumo Varitron 500. Heute wollen wir uns das Thema Konfiguration rund um das Thema Ethernet ein bisschen genauer anschauen. Vielleicht kurz vorweggenommen, wie ihr hier unten seht, wir haben standardmäßig immer eine Ethernet-Schnittstelle bestückt. LAN 1 oder Ethernet 01. Optional ist die LAN 2 bzw. Ethernet 02. Zunächst müssen wir uns natürlich wieder anmelden, um in den Unterpunkt Konfiguration zu kommen. Dafür springe ich in unser Untermenü, in die Benutzerverwaltung, anmelden. Hier ist wieder standardmäßig der Benutzer Master hinterlegt. Das bin wieder mal ich. Ich melde mich hier an mit unserem Standardpasswort für den Benutzer Master. Nachdem das geschehen ist, sehen wir wieder, wir sind entriegelt. Jetzt springe ich in den Unterpunkt Konfiguration, dann in den Punkt Ethernet. Und hier sehe ich schon, ich kann unser Ethernet 01 auswählen und kann jetzt verschiedenste Konfigurationen vornehmen. Zum Beispiel die Methode ändern, die IP-Adresse ändern, die Subnet-Maske ändern, das Standard-Gateway oder den DNS-Server-IP oder den DNS-Server. Wir springen gemeinsam hoch. Zunächst wählt man die Methode aus. Das heißt, ist DHCP an oder aus? Wir haben das hier auf automatisch gestellt, also DHCP ein. Ich könnte das natürlich auch auf manuell stellen. Machen wir mal für das kurze Beispiel. Wenn das auf manuell steht, kann ich hier natürlich dann entsprechend über die Pfeiltasten eine IP-Adresse angeben. Selbe Einstellungen kann ich entsprechend für die Subnet-Maske vornehmen, für das Standard-Gateway und genauso für die DNS-Server-IP und den DNS-Server. Wichtig an der Stelle ist natürlich, dass ihr immer abhängig davon seid, in welchem IT-Netz ihr euch gerade befindet. Das heißt, wir können hier keine Standard-Vorgabe machen, sondern ihr müsst immer schauen, bei welcher Applikation setzt ihr den Jumovaritron 500 ein und wie sind die Einstellungen hier im entsprechenden Netzwerk vorzunehmen. Okay, das soll es hier gewesen sein. Ich denke, das ist ein ganz elementarer Punkt für Applikationen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne euren Daumen oben da und bis zum nächsten Mal.